Wichser, Kopf, Arschloch, Geige, Motherfuck Ach, fickt euch Fickt euch Fickt euch Ach, jetzt seid ihr solche Alter, willst du mich verarschen? Okay, jetzt drehe ich ein bisschen ab hier Bam Oh Yeah Ich muss ein bisschen rumschreien Ich muss meine scheiße mutierlos werden Wenn ich jetzt so nah geflogen wäre, dann hätte ich nicht aus Bald hab ich ich das spiel aber wir dauert es noch ein bisschen was bei mir dauert es noch ein bisschen also ich weiß ja nicht ob youtube drei jahre lang annehmen kann aber wenn es zwei jahre gibt dann es darf halt nicht mehr als zwei gigabyte sein oh mein Gott was ist da doch mit der scheiß geräusch das lenkt mich ab ja das ist ja auch das in der sache oder ja ich bin doch schon abgelenkt genug man ja ja ruf springen muss entschloss entschloss endstation jetzt wirst du abwecken ich bin und konnten ein ob wort also die der will war ich vor zwei stunden oder du bist das ist nachdenk also du wirst immer noch hier aber ich glaube ich habe mehr leben als du siehst du draußen schau zum bis draußen bei 3 1 ich weiß was das ist pass auf das ist sowieso so ein labyrinth aber ich kenne nicht mehr freien oder musst du nicht in die röhre die haben hier irgendwie ein paar röhren entfernt das ist mir übrigens in uns okay wo muss die jetzt rein da oben bin ich gut ja weil ich auch schon davor standen das ist scheiße es kommen fische das voll verwirrend weil es gibt kein dieses Ding dass du richtig so liebst du weißt ja nicht ob du richtig spielst du nicht oder ist ein bauserkopf schruchten scheißarschloch geigemann doch fucking arsch geiget ihr mann noch keine dumme jungen jungen geht feuer unter wasser wie geil ja was hier noch nicht doch du hast du schon mal mit sie hilft dieser kack blubber regt mich auf und ich hab's in deinem let's play gesehen das ist ja die nis-version let's play ja schon zweimal zweimal ja einmal vom emu da wo ich noch ein anfänger war wo fucking ich hab's geschafft es kommt acht holz wo es wird er gebetet hier siehst du jetzt wird noch der penis russ gemacht mit mushroom kann sein dass hey die ist für mich reserviert komm jetzt geht ich rum noch jetzt gehen wir noch runter der geliebliche die 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 es ist der dort vor allem oder die kohle buchstab ich dich auch schluch ich hab mich gerettet und du bist jetzt noch mehr so ist kontinuieren vom ich bin kurz abwaschen jetzt bin ich ganz alleine Kai ist weg, Dimi ist weg Und ich hänge in diesem scheiß Level fest Ich könnte ja auch einfach cheaten Aber was sieht er denn in der Aufnahme? Ist da oben irgendwas drin? Nein, nein, nein! Oh, verdammt! Scheiße! Was jetzt? Oh, jetzt ist er, aber komisch Wir lassen, wenn ich jetzt auf Quid gehe und dann du alleine weitermachst Nein, ich muss jetzt essen, meine Mutter war grad drin Dann kannst du gleich Warp 4 gehen Ey, ich muss jetzt essen Ja, dann mach mich später weiter Okay, Leute, bis später Ja, bis später Willkommen zu Lück Ja Also ich bin wieder bei Ja, komm, wir machen so Ich bin ja jetzt noch eine Schwierigkeit härter Ja Und mit Verzögerung, wie gesagt Und jetzt versuche ich Goblin wieder einzuholen bei 3-1, okay? Ja, mach das doch Machst du sowieso Ja Ja Ja, ich will dort wieder die One-Up sammeln Und gucken, ob ich das wieder in Krieg Und deswegen Was machst du da gerade? Die Engine hacken Ich merk schon Ach, scheiße, das hab ich meine Dingsverlangen Siehst du, die Goombas sind durch diese Dinger ersetzt worden? Ja Ja Ich weiß Ja Ich weiß Ja Ich weiß Ich weiß Ja Ich weiß Ich weiß die die erste Kampfer durch abdecken Kostens die Mieter leider nicht erst voll cool wo aus dem Motto Parking Fakim von Kien und der Fakten ab oh du fucker hallo son of a bitches verdient ha bla 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 ich bin noch nicht übergegangen ich bin noch nicht einmal game over gegangen noch nicht ein einziges mal bist du auch ein Noob ja nur Noobs gehen nicht game over und die Obernoobs gehen 5000 mal game over gut dass ich soweit noch nicht bin doch du bist schon soweit ja 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 und Spass I hate you Der er springt genau dazwischen, man! Und bei mir lagts jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich glaub, meine Festplatte geht langsam voll. Ja, das ist aber kein Grund, dass LP zu beenden. Wir sind ja alle noch bei 3, 1. Außer du, du bist dann natürlich bei... Scheiße, wenn ich das Game rübergehe. Du bist noch bei 3, 2. Tot! Das leckt bei mir übelst! Ich spiel noch schlechter als vorher. Hast du gesehen? Peter! Ich heiß nicht Peter. Ey doch, hast du gesehen? Ich heiß immer noch nicht Peter. Hast du gesehen? Wie ist das?